Willkommen zum Newsletter am 5.11.2024. Nun, wir haben jetzt noch diese und nächste Woche total ausverkauft und wir stehen bei 60 Prozent unseres Zieles, was ganz gut ist, denn am Ende geht noch mal ganz schön viel und ich glaube, wir können es schaffen. Und dann am 16.11. Schluss machen, denn einen Container habe ich an einen Kollegen verkauft und die Speisenware nimmt einen Freund von mir vielleicht und dann bleibt vielleicht jetzt noch ein bis zwei Container übrig, die wir in den nächsten Tagen abverkaufen. Deshalb werden wir heute in Aktion Aktion jeden Tag jetzt anziehen und ab Mittwoch einen Warenbereich uns vornehmen und noch mal kräftig durchschütteln und alle Preise nochmals checken und nach unten reduzieren. Also, seien Sie gespannt. Wir werden ab Mittwoch die Warenbereiche durchgehen und Sie werden auch auf unserer Frontpage sehen, welcher Warenbereich heute dran ist. Ich verändere meine Position für die nächsten zwei Themen. Moment, so mache ich das. Ja, was geht ab? Wir haben noch tolle Restware. Ich bin echt überrascht, welche Ware noch nicht weggegangen ist. Das ist unfassbar. Wir haben tolle Garnituren von Schilik, Sofas von Himola, Relax-Sessel mit Aufstehhilfe, Relax-Sessel manuell, Relax-Sessel motorisch, alles noch da, schöne Sofas, Club-Sessel. Ich bin manchmal verwundert, was wir alles verkauft haben, denn wir haben noch so tolle Ware. Also schauen Sie mal durch, kommen Sie rein zu uns nach Empfingen, täglich 13 bis 18 Uhr geöffnet und am 29. und 30.11. machen wir das Finale hier mit Inventarverkauf, mit Restwarenauktion und mit einer Party. 29. und 30.11. ist dann das Finale hier in Empfingen. Nun, gehen wir in die letzte Woche. Ich freue mich, wenn Sie noch ein Schnäppchen bei uns machen und wenn Sie, was Besonderes wollen, rufen Sie mich an. Danke und Tschüss. Ihr Lutz Reinhardt noch von Profischnapp.de Tschüss.